Yo meine Freunde, was geht ab? Hier ist euer Delmann mit einer neuen Reaction zu Benab. P2VZ. Ihr wisst, ich liebe die französischen Reactions. Let's check it ab. Die von euch, die französischen Songs, die haben so einen geilen Vibe. Einfach die kreieren ein Baba-Vibe. Einfach anders. So auch so von der Musikalität. Die franzosen sind uns weit voraus, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Die franzosen sind euch ganz weit. Die machen Gangster-Rap auf diese musikalische wie damals PNL sage ich KMN. Aber KMN hat irgendwie so aufgehört. Dieser Hype KMN ist nicht mehr. Hört sich einfach nice an. Hört sich dope an. Jetzt sagt mir mal ehrlich, ihr fährt gerade Auto, ihr hört euch so ein Baba-Lied an. Benab hat sowieso kränke Lieder. Auf jeden Fall, wenn ihr den noch nicht kennt, checkt auf jeden Fall den Bro ab. Der ist brutal. Boah, die im wilden Q8, Alter. Ich schwör's dir, Alter. Sexy. Oder ist das überhaupt Q8? Boah, jetzt bin ich gerade ein bisschen, sieht ein bisschen wie Kombi aus. RS6 mäßig, aber ich weiß nicht. Siehst du, mit Leichtigkeit. Das ist nicht gezwungen. Diese Musikalität ist nicht aufgezwungen. Das hört sich einfach nice an. Das ist einfach so. Einfach da. Der weiß, wie es geht. Benab kenne ich. Ich hab schon ein paar seiner Lieder gehört und diesen Baba. Diesen Set kenne ich nicht. Jetzt, ich freu mich auf... Benab liefert immer. Der liefert immer, Bruder. Ich sag euch, ehrlich. Jetzt gucken wir mal diesen Set. Der Bruder kommt hart rein, ja. Der Bruder kommt hart. Schuf, kennt ihr das, wenn ein Typ aussieht wie 17, aber gleichzeitig wie 55? Das ist es, das ist es. Das hört sich einfach Baba an. Und ich weiß jetzt gar nicht, über was er redet, aber der könnte, der reden bestimmt über Gangster Shit und so, aber das hört sich so richtig musikalisch an, so richtig dope. Ich sag euch, wie es ist. Wenn ihr Benab noch nicht kennt, checkt den auf jeden Fall ab, dein Bruder. Ey, wenn ihr musikalisch was geilen Sound hören wollt, boah, dein Bruder zerreißt. Und sowieso diese Style, diese ganzen Franzosen, Alter, mit ihren Tracksuits, Alter, ich schwör's euch. Ich schwör's, die gehen und feiern mit Tracksuits, Baby, Senju Tachini. Ich sag euch ehrlich, wenn es so welche Polizisten bei uns gibt, lass ich mich gerne verhaften, Baby, ich mach jeden Tag Crime, Baby. Nice, Alter, der Song ballert, ich schwör's, der Song ballert mies, ja. Der Song ballert mies. Bruder, gib mir was von dem Smoky Smoke und du kannst mit mir smoken, smoken, Baby. Boah, auf jeden Fall Baba Lied, ja, sag ich euch ehrlich, checkt auf jeden Fall die Jungs ab. Und wenn euch meine Reaction gefallen hat, wird's mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Peace out, euer Delmann.